Ich habe einen Job geholt mit Bolt Action. Nice. Ich darf jetzt den Eingang und das Fenster oben noch. Ich bin unter dir, Bonsai. Nicht schießen, ich bin direkt unter dir. Wir haben noch 5. Ich habe auch noch 5, ne? Jaja, wir rotieren gleich. Wenn Kev voll ist... Ich bin voll, voll. Hast du C4 noch? Ich hab auch 5 C4, richtig. Dann dropp mir die und dann gehst du raus und tausch mit dir einen Pos... äh... Ich bin nur am untersten Eingang und der wird da. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein. Hopp, 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 hopp. Und jetzt runter mit Jan tauschen. Wir schieben nach. Pablo kommt jetzt zu mir hoch. Okay. Jan, Jan geht in... Jan deckt das Treppenhaus. Ja, aber dafür muss ich erstmal Kev hier an meine Position kommen. Und Kev kommt runter, genau. Ja, ich komme im Moment. Ich nehme mir noch... Okay, hier ist gelootet, ja? Die inneren, die inneren Kisten. Hier kann noch was sein. Loot mal. Okay, weißt du, woher kommt denn? Kev raus, Kev raus, Kev raus, Kev. Ich hab zwei Slots, ich will noch irgendwas Sinnvolles mitnehmen, warte. Dann hier, ich dropp dir was, nimm das mit. Komm, wo bist du? Nach hinter dir. Shotgun, Shotgun, okay. Hopp. Und Kev lasst mich oder was? Okay, ich hab ein Pfeil im Fries eingesteckt. Warte. Ähm, wo rein, wo durch? Jetzt, wir müssen jetzt weiter scouten und gucken. Was, hast du, kommst du Kev? Ah, warte. Wo bist du, Jan? Da unten ist der untere Eingang in Richtung Küste. Ich würd sagen, wir gehen tiefer, Pablo. Okay. Hier hinten ist das Treppenhaus? Genau, das, was offen ist. Komm mal, da runter. Da hinten sind schon Spikewalls, die können nicht von hinten kommen eigentlich. Kannst du kommen? Ich bin unter dir, ich bin unter dir. Du willst ganz runter? Ich bin nicht ganz runter. Wo seid ihr reingekommen, Leute? Hier. Da, da. Der Spon muss sitzen, Alter. Wenn du da unten reinfällst, dann... Du springst praktisch. Ja, hier sind Kissen drin, hier geh ich rein. Ich mach die Tür auf. Seite, Seite, geh. Ich guck unten, du oben. So, bin drinnen. Ich hab bis jetzt aber nicht den Lotz gekriegt. Zivier liegt. Ich musste leider runtergehen, wegen Zivier. Ja. Von wo können die kommen? Von wo? Oh, hier von unten. Überall. Ja, ich darf unten das Treppenhaus hier. Bei euch. Müll. Müll. Das ist eins der Treppenhaus, äh, das ist eine Art, wo die spawnen, okay. Wer hat hier drinnen einen Schlafsack gelegt? Ich, direkt auf der Treppe oben. Mach ich auch mal schnell, ne? Ich weiß, wo du bist, ich komm, ich komm, ich hol dich ab. Genau, du deckst hier das Treppenhaus, muss gedeckt sein. Warte, ich leg mal schnell den Schlafsack so, okay. Ich glaub, dass hier noch was groß hat. Tief verbunden hat. Hab einen. Nice. Was hatte der? Oh. Okay. Ja, dann müssen wir hoch, wir müssen hoch. Wenn die sich unten nicht equippen, müssen wir hoch. Ja. Oder ist es fertig? Hier rechts. Wo bist du? Hier rechts auch. Oder die sind leer. Ja. Spann's ja. 2,24 noch und fertig. Wie viel hast du noch? Ich hab noch 6. Ich hab noch 3. Ja, wollen wir? Ja. Ich hab noch 5. Wir können alles durchsuchen hier. Ja, wir machen die 2 noch dann, sonst lohnt sich nicht mehr. Wir gucken jetzt noch und dann ziehen wir zurück. Wenn hier nix ist. Weil es auch was sein könnte, dann... Hab ich mir gedacht, das sind nur die Fensteranlagen. Die müssen irgendwo ja noch Kevlar haben, Leute. Ja, ja. Mit. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Raus, 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 raus. Jo, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Was hatten die an? Alle mal raus. Ich hab nur gemerkt, dass das nicht geschossen wurde. Wo, 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 wo. Da. Frendy jump, Frendy jump. Frendy jump. Er hat Leder an, meine Zeit. Ab die Inhote. Deine Mediket. Versteck dich. Versteck dich hinter Wand. Der ist reingegangen Und dann Oben drüber springen Nein, hier rein, hier rein, wo seid ihr? Ich bin noch im Treppenhaus, ne? Ich steppe weiter Treppenhaus Rückseite von dem Ding Ja, da ist offen Ich steppe hier die Rückseite Ich bin treppen, ich bin treppen, ich bin treppen Pass auf Er hatte eben nur das Hüssel Ich sehe es, ich kann hinter dem aufsprengen mit einem C4 Leute, ich darf, ich sitze immer noch im Treppenhaus, ne? Okay, ich will schon aufmachen, machen auf Das wird auch gemacht Pass auf Nach rechts abgewogen Okay, Leute, wir sollten uns jetzt vielleicht mal zurückziehen Komm raus, komm raus, komm raus Alle raus und alle sammeln Oh schön, da wo unsere Schlafsäcke stehen, sollten wir hin Kommst du? Unsere, achso, die Komm raus, Jan Was ist mit den Schlafsäcken drinnen? Scheiße, komm raus Irgendwann nackt sterben und hin und neben und sterben Hier bei uns auf dem Felsen ist einer Hinter uns Ich check das kurz aus Ich bin hier hinten hinter euch oben What the fuck Steps bei mir, Steps bei mir, Steps bei mir Da bist du Hinter euch oben am Felsen Von da aus wird der Leader Ah, gesehen Da oben ist er, da oben ist er Nackt er ganz oben Nackt er Ja, lauf jetzt, wenn du jetzt rechts Rechts vorm, rechts, ne? Da oben Lass mal alle zu Bonsai, damit wir... Nein, Bonsai kommt zu uns und wir gehen hier eng an der Base lang Ich hab jetzt zwei geholt Lass mal alle Bonsai folgen, damit wir zusammen bleiben hier jetzt Ich bin schon auf dem Weg Ja Ich bin schon auf dem Weg Ich komm jetzt auch Zurück, die haben nichts mehr Die haben nichts Wir sollten aber trotzdem jetzt mal alle zusammenbleiben hier Ja, wir gehen Sammeln Also jetzt alle zurück zu den Schlafsäcken Schlafsäcken Ja, klar Aber wenn du in den Bergen nicht mehr gewartet hätte Noch vielleicht gewartet hätten, wärst du jetzt tot Ja, aber dann wüssten wir das Und dann hätte ich einfach geschlossen reingehen können Spawn doch hier, ist doch kein Problem Ich bin auf der Wiese vor der Base Ja, ich bin auf der Wiese vor der Base 2 Fehlt einer Ich fall noch, ich fall noch Ich gonne hier noch rum Ich versuche hier was irgendwie hinzukommen Ja, dann geh doch ein Loch dauernd noch über die Felsen Ich weiß, das ist doch Alter, ich bin ja nicht dumm Ja Ich war nur gerade kurz in der Sackgasse Da oben, da oben, da oben Der hat nix Ich bin da, ich bin da Die haben nix, wir haben die leer gemacht Ich noch nicht Wo sind die nochmal? Rechts, hinter den Felsen Ah, hier, hier, hier Ich hab meinen Schlafsack noch drin gelassen, ne, Pablo? Meiner ist auch noch drin Ja, das wollen wir eigentlich Ja Ja Ich hab meinen Schlafsack direkt aufgenommen Ja Wir haben noch genügend zu viel, um noch woanders um zu gehen Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen Aber wir sind ja relativ voll Wir sind eh hier Los, Kev Ich weiß noch, hier in der Radiation ist noch eine Base, wo Kevler-Leute drinnen wohnen Haben wir kein Kevler-Zeug bekommen? Ne Ne Echt nicht Ich denke, aber die haben ganz unten auch noch was gehabt Aber da lag auch ein Ja, schau, schau Ich hab's mir schon mal gelohnt Pablo, ich übernehme mal die Führung Wir gehen, wir gehen da direkt dran vorbei gerade Was schaffst du denn dagegen? Das ist die Hallspace, die direkt bei Radiation ist Jetzt vor uns, in unserem Gesicht Das ist doch die von Frog Ne, ne Eben im Ball zieht was dran Ach ne, das war von so Robben und Robben oder so Hier links Hier links Wenn ich persönlich immer noch nicht rein Ja gut Hier links hat eine Außenwand, Papa Ja gut, aber du kannst den Lemos auch Bergen, du musst den Verstand Und da willst du rein oder was von sein? Die scheiße Ja, ist auf jeden Fall was dran, ne da waren letztens zwei Kettler-Typen am Fenster mal rausgeschossen die tüten alles, was sie auf dem Redfield hat von mir was können wir machen mir was auch ich hab noch ein leeres Inventar haben wir noch eine Holzfoundation? nein, aber ich könnte es wahrscheinlich ich kann eine craften dann gleich aber wir können ja doch mit dem Ding ins Lover guck mal hier Barricade Barricade soll ich Barricade setzen? ähm knack da wo 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 tot halt nicht ich will jetzt nicht sagen, aber wenn wir was machen sollten vielleicht dass wir Schlazwerke placen 1 Stunde 1 Stunde von hinter den Bäumen und was Pablo eben meinte, da muss ich ihm aber eigentlich auch gewählt geben warum hast du den dargestellt? ach so ähm, wer hat die Wood Foundation? noch gar keiner warte wer hat Wood Pillars? ja, hab ich, hab ich wie viele hast du? ich hab 46 Pillars und 30 Stairs wir wir gehen am besten da oben durchs Fenster rein ich will kurz mal rein gehen wir gehen am besten wir gehen am besten mit dem Eingang hier ohne Wuppermbell das ist der Eingang ist zu wer hat dich zuerst? ich hab dich zuerst wie viel hast du hinter uns nackt auf Radiation Pels Oh, ich hab's eben gesagt, ich hab 30 Sterne. So, also wo wollt ihr jetzt rein? Welche Seite, welches Fenster? Ich wähl da ins Ding ins Rein, in das eine Metallfenster, das ist wichtig einmal. Ja, bei dem Punkt. Hier, da wo die Pillars schon stehen. Hier. Ja, okay, okay. Ja, dann auf geht's, Foundation setzen. Wird noch nicht gerade, ist recht fertig. Oder dropp mal mit mir die Foundation an, baue ich alles. Warte, 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 jetzt ist es fertig, komm her. Wo ist, wo ist Alex? Ich wollte hier auf das Fenster oben, auf die Tür, die oben noch dran ist. Wo ist Pablo? Äh, im Kreis. So, wir haben keinen, der die linke Barricade-Seite deckt, ich hab die rechte, einer muss noch die linke übernehmen. Ja, dann übernehme ich die linke. Okay, und Pablo muss den ganzen Old Radiation im Auge halten. Okay. Die sind ungünstig, weil überall Dusche sind. Ja, gut, aber das lässt sich abkanzig, Bogart wird bei Ricades und Bauerns jetzt hier entspricht, weil... Schüsse von Old Radiation im Auge gelesen. Und wo genau? Ich seh nichts. Oh, ich muss noch weiter weg noch. Kein Plan. Ach, wie gut, dass ich nur Sealing hab. Ah, fack jetzt. Ah, da gehen Türen auf. In dem Gebäude? Ja. Das Fenster kann ich nicht mehr sehen, ich spotte aber die Tür. Raidet ihr noch? Ja. Ja. Kann ich? Nein. Kann ich? Darf ich nichts fahren? Okay. Leder läuft die Straße und Dank hat uns noch nicht gesehen. Okay. Also, ich bin jetzt oben am Fenster. Einer noch hochkommen. Ich komme jetzt. Wer hat noch C4? Ich. Schmeiß mich jetzt mal kurz an. Okay, ich hab C4. Der Hüster, der Hüster! Schüsse oben, oben am Fenster, oben am Fenster! Ja, ja. Man, bleibt ruhig. Da ist ein Mann, Leder, äh, M4. Okay, ich bin jetzt hinter die Kommissrabo. Ah, ich hab ihn gehittet, aber er lebt noch. Hast du C4? Sonst mach ich krass. Boah, leckt das. Boah, Alter! Wieso leckt das hier so krank? Ah, hab ich auch gehört. Scheiße, hab ich meinst. Ich krieg das Fenster weg. Ich geh weg. Okay. Brauchen wir drei, ne? Glaub ich. Was sehen wir jetzt? Warte. Das packt so hart. Wenn du dich hinstellst, kann der dich nicht hinstellen. Ichzyć dich, ich gehe dein Schmerzen син shipt. Wenn du dich w kazust hast, dann persönlich kommt los. Marien万, gehtallom, Zeitung, WTF war man? Ich gehe denn.